Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Bad Wars mit Macell, Macell. Marcel Davies von 1&1, eh. Ja, gut, okay. Von The Minerage 007. Übrigens. Wir sollten das grenzstabile rauslassen. Warum baue ich mich jetzt eigentlich ein bisschen um die Ecke? Ja, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, du baust dich schon mal schön in die Mitte, ne? Die letzte Runde, die übrigens bei The Minerage 007 auf deren Kanal zu finden ist. Und das war eine krasse Runde. Also, lohnt sich. Also, jetzt nicht so, um Einwärmung zu machen, aber ich glaube, das... Es war eine richtig geile Runde auf jeden Fall. Es war wirklich verdammt krass einfach. Also, wir haben... Schaut es euch einfach an. Das war wirklich übelst geil. Und wir hatten eben gerade so eine Aufnahmepause, auch ein übelst geiles Aufnahmethema einfach mal. Und zwar... Sofortrennte mit 16 bzw. 17. Ja, ist doch hammergeil. Das ist einfach. Überlegt es euch einfach mal. Würde man so ein Jahreslos irgendwie gewinnen, dass man irgendwie so 5.000 Euro Sofortrente gewinnen würde. Ey, und dann irgendwie so nebenbei irgendwie noch 4 Gold zu machen. Ich hab 5 Gold. Krass. Okay, komm, lass erstmal zurücklaufen. Damit wir diesen nicht verlieben. Das wäre hammergeil einfach. Ja, natürlich. Ich meine, das wäre... Ganz ohne Spaß. Das wäre richtig Premium. Also, ich meine... Keine Ahnung, wie die Lotterie heißt. Da gewinnt man auf jeden Fall irgendwie, wenn man... Oh, kann man irgendwie so 5.000 Euro Sofortrente gewinnen. Nur mal angenommen, man wird das gewinnen. Du machst dein Leben lang nichts mehr. Gar nichts. Ja, ist so. Bis dann... Also, ich geh jetzt ja aufs Gymnasium. Marcel macht ja schon seine Ausbildung. Und, ähm... Ja, ich hab jetzt ja noch 3 Jahre Schule vor mir, weil ich in der 10 bin. Beziehungsweise... Boah, kriegst du ihn ja hinten runter? Was? Ne, fuck. Und dann... Nein, ähm... Ja, ich hätte gerne ermäßigte Karten. Ja, wieso denn? Äh, Studenten oder was? Ne, ne, Rentner. Oh, scheiße. Ich lauf erstmal wieder zurück in unsere Base, weil jetzt haben nämlich die anderen nämlich auch so Bögen. So Bögen? Böse Bögen? Ja, diese waren jetzt nämlich auch in der Mitte. Das ist nicht allzuteilt irgendwie. Okay. Da müssen wir jetzt aufpassen, ne? Nicht, dass wir, ne, jetzt, äh... Ach, wir gewinnen da schon irgendwie. Mit Verpeiltheit gewinnt man alles. Ja, ist so. Ist so. Aber trotzdem müssen wir ein bisschen aufpassen. Äh, aber wirklich, das wäre übelst geil einfach. Ich stelle... Gut, das... Dieser Pfeiler würde eigentlich nie eintreten, weil... Nö, aber ich würde es gut finden. Aber das Krasse ist aber auch, in meinem Beruf ist es ja ziemlich hoch, dass man einfach, äh, ja, ziemlich schnell berufsunfähig ist. Und würde man dann einfach... Weswegen hat er den Beruf eigentlich gewählt? Wegen was denn sonst? Mal ganz ohne Spaß. Wegen, wieso sollte ich sonst diesen Beruf wählen? Ich meine, keiner macht sowas. Ich meine, sofort Rente. Früh, Frührentner mit 16. Ja, ist doch wohl so. Hallo. Oh. Ich bin Rentner. Aber ich stelle mir einfach wirklich so vor. Du gehst ins Kino. Ja, er mir ist nicht die Karte, bitte. Du bist auch noch kein Student, oder? Nö, Rentner. Lassen Sie mich bitte durch. Rentner. Und dann einfach nur mit so einem Rollator. Oh fuck, wir werden beschossen. Okay, äh. Guck mal, den schießen wir da hinten mal runter. Den Titan Boy. Ich hab jetzt die letzten Tage richtig viel Rage Mord gesuchtet. Also ich bin ein bisschen besser in Bogen geworden. Okay. Sieht man aber gar nicht. Du Arschloch. Soll ich mal, soll ich mal meine Sachen wegpacken und mal so einfach mal ganz geschmeidig in Richtung Eisen, äh, mich arbeiten? Bam, ich hab einen runtergekickt. Ich bin stolz auf dich. Mein Rentnerfreund. Na, du Buch? Ach, was hat der denn? Also ich weiß ja nicht, ne, aber... Ich hasse übrigens die Verbindung zwischen Buki und Buch. Das war so nicht geplant. Und mir ist ja später aufgefallen, dass da Buch drin steht. Und jetzt irgendwie alle... Mir wurde mal ein Intro gemacht. Das ist einfach nur Bücher lang geflogen. Ja, aber du bist doch eigentlich hier auch so von, ähm... Gibt's nicht irgendwie... Wie heißt denn diese Buchungsseite? Ach. Booking... Booking.com oder sowas. Ja, irgendwie so kein Inkopter Ruhe hatten wir auch unser Hotel für Köln irgendwie bestellt. Ah, habt ihr direkt an mich gedacht? Dafür bekommst du jetzt noch Geld. Bei mir vor allen Dingen kriegst du Geld, ne? Mhm. Ich glaub, das ist eigentlich relativ egal, wenn man so Produkt... Naja, nicht egal, aber es ist... Egal. Ja, geil! Der hat... Ja, geil! Der hat einfach mal das Team geliebt. Warte, da wasche ich jetzt rüber. Der baut sich auch gerade rüber. 25 Eisen übrigens. Ähm, mal ganz ohne Spaß. Warte, ich mach das jetzt. Bist du dir sicher? Ich mach da jetzt YOLO-Taktik. Rambazambe! Pack den Bogen weg, Flieger! Ja, hab ich's doch, Mensch! Oh, oh! Er hat den Bogen weggepackt. Jetzt glaubt er... Ja, perfekt. Der Grün ist runter, der hier so, ne? Wie safe in Sound machen wollten. Scheiße, jetzt... Na gut, der... Der Gelbe hat mich jetzt natürlich so gesehen, ne? Das ist ja klar. Das ist natürlich jetzt klar. Ähm, jetzt kommt ja auch noch Grün angelaufen. Okay. Geil, Rot ist gar nicht vorhanden. So, der ist runter. Wir gewinnen mit anderen Worten wieder die Runde, ohne dass irgendwie... Oh, jetzt kämmt der Gelbe da in seiner Base. Und macht natürlich gerade nichts mehr. Und jetzt kämm ich hier aber auch... Sofort über Borden rein. Ja, komm, komm. So, runter. Ich kicke einfach Grün nacheinander, einfach nur noch raus. Ja, komm. Trau dich, du kleine Pussy. Jetzt, jetzt hat er... Jetzt hat er... Jetzt ist er weg. Jetzt ist es... Jetzt reicht's ja auch. Also solche Beleidigungen... Die verbitte ich mir. Entschuldigung. Was machen wir gegen Team Gelb? Team Grün, da könnten wir schnell reinwaschen. Ich würde einfach mal bevorzugen, dass wir jetzt erstmal uns das ganze Gold hier holen. Ganz entspannt. Ja gut. Also Grün kriege ich immer noch relativ gut und easy weg. Ja, äh... Ich krieg's doch nicht so ganz easy weg. Was sind das denn für Schleifens? Nein, oh, was? War doch unten. Warte, geh mal weg da. Ja, mach doch. Ich möchte auch mal Kills machen. Pass mal auf, dass keiner von da hinten kommt. Ja, ja, ich guck. Guck, aber das ist nur noch der eine gelbe. Hol mal deinen Bogen, bitte. Äh, mein Bogen ist in der Base. Ach schein... Ja, gut. Die sollst du... Oh Gott, er fällt einfach seitlich unter. Oder... Oder warte mal. Warte mal, warte mal. Ich geb dir mal das ganze Gold. Sicher, dass du mir das Gold gibst? Ich hab einen Bogen dabei, ne? Ja, aber ich will dir einfach reinwaschen. Achso, wieso... Ach, ich weiß, werf ich dir das Gold gibst? Nein, du... Ach, Mann. Ach, Mann, wie dumm bist du denn, du Spann? Oh, jetzt hab ich dir wieder ein Gold. Okay. So, hier, warte mal. Okay. So, eins, zwei, drei, äh... Ronny Goal. Schießt die mal ein bisschen so ab, ne? So, dies, das. Ich... Ich nerf in der Zeit den gelben, oder wer das doch immer ist. Ja, gelb. Scheint gelb zu sein. So. Rot ist schon raus, hab ich gesehen. Ja, rot ist schon raus. Ich glaub, rot war gar nicht drin. So, grün ist raus. Und aus gelb lebt noch einer. Sag mal, was ist denn das für ne Runde? Das ist doch hier nicht mehr schön. So, kaufen wir uns gleich noch beste Schwerter und sowas. Ah, nein. Oh, nein. Oh, ho, 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 ho. Ah, fuck, ich bin tot, aber der Grüne lebt nur noch. Aber es war ganz, 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 ganz knapp. Okay. Äh, warte, jetzt tu ich meinen Bogen, ne? Richtig, richtig. Pass auf, dass nicht runtergeschossen wird. Ich hab 18 Gold. Oh, fuck. Okay, äh, ist jetzt rot komplett raus? Äh, grün, meine ich? Grün. Grün ist komplett, oh, nein, nein, ich bin mit meinem Bogen. Oh Gott, der hat mich getroffen. Scheiße. Aber es war nur ein Bogen und, äh, ne? Warte, dann, warte, warte, du schützt erst mal ganz kurz da. Epic Bogen. Warte, du. Äh, nein, Kollege, warte. Warte, na, was machst du denn? Geh wieder rein. Ja, was? In die Mitte. Ja, ich bin unterwegs. Ich hab nur das... Dann tut mir leid, Marcel. Es tut mir doch leid. Okay, aber er kämmte aber auch die ganze Zeit nur so in seiner Base. Ja, bringt die 4, weil wir immer mehr Gold haben und immer mehr nachrüsten können. Das ist, äh, nicht schlecht. Ja. So, ich baue uns erst mal hier so einen sicheren Gang. Ich weiß, das ist vielleicht irgendwie so ein bisschen kurze Verschwendung, aber ich hab keinen Bock, irgendwie da so getroffen zu werden. Oh Gott. Er schickt eine Sophia rüber. Ja, der kann's einfach abbauen. Und dann, weißt du, den Weg und dann fallen die ja runter. Ich bin nicht dumm. Nein! Oh Mann, ich stand einfach rum. Gut, ich bin heute der Blöde. Einsicht ist schon mal ein guter Weg. Ich fühl mich hier gemobbt. Machel. Ich musste das kurz so sagen. Ich fühl mich hier gerade gemobbt. Oha, zwei Treffer aus 200 Blöcken Entfernung gefühlt? Nein, ganz so vieles nicht. Kann der eigentlich hier so die Beine irgendwie treffen, wenn ich hier so lang laufe? Ja, ne? Äh, rein theoretisch, ja. Ist natürlich nur nicht ganz so leicht. Das Schöne ist, ich hab 37 Gold. Ach, warte doch. Deswegen mach ich doch hier gerade diesen 6-Kontransfer. Ja, tu mal ganz ehrlich, ne? Oh je, ist er da verkackt. Jetzt hat er keinen Bogen mehr. Er hat keinen Bogen mehr. Lassen wir uns Zeit. Spielen wir ein bisschen mit ihm? Ich meine, weil jetzt ist die Runde jetzt noch Runde zu kurz. Nein, was? Strecken, Regie. Gib mir erstmal das ganze Gold. Bring das mal zurück. So, und zwar hole ich uns jetzt die besten Spitzhacken und die Spät... Äh, die... Die Spätzen. Äh, die besten... Bisschen Spätzle, ne? Die besten Bogen auch, ne? Mhm, mhm, mhm. Wobei Bogen brauchen wir eigentlich gerne. Wir brauchen eigentlich nur die besten Schwerte und die beste Spitzhacke. Lassen wir mal nur die ganze Zeit töten. Einfach vier Minuten töten bei denen. Hat die Regie gerade durchgesagt. Achso, okay. Okay, Regie, äh, Werbung und so weiter, ne? Nein. Ja, ja, Werbung. Äh, Eisenspitzhacke gleich zweimal. Oh, jetzt. Äh, was kann man sich hier noch gönnen? Kaufen noch so ein paar Sophias. Ne, Sophias sind mir ein bisschen so spektisch. Ich hab mal Angst, dass die mich selber in Luft jagen. Ja. Obwohl, wir müssen doch schneller machen. Äh, der Moderator muss mal aufs Klo. Oh. Ich meine... Rüstung hast du und so weiter, ne? Rüstung, ja, doch, ja, doch, doch. Okay, sehr schön. Warte, dann mach ich mir hier noch schnell ne Rüstung, ne? Weil wir müssen ja episch fighten und nicht irgendwie so, äh, fighten, ne? Muss ja auch gut aussehen, ne? Ja, doch. Wir wollen ja auch auf dem Cover der, äh, der Bild ja gut aussehen. Natürlich. Oh, Mann. Hm, was machen wir denn? Ey, wir haben, guck mal, ne, ich habe jetzt einfach mal, ähm... Wollen wir uns ein paar Goldblöcke craften? Nein. Ich hab jetzt einfach mal... Von wo kam jetzt grad ein Pfeil? Woher hat der ein Pfeil noch? Von wo werde ich hier geschossen? Hey, ich kann... Hast du Essen? Äh, ja, ich hab Essen. Oh, perfekt, weil ich... Der hat ja... Der hat noch einen Bogen! Oh, geil. Schade, dann geht unsere Taktik gar nicht so wirklich gut auf, ne? Ja, warte mal, dann gib mir mal erstmal meine Sachen, meine guten. Hast du den besten Bogen gekauft auch? Oh, Gott. Ich hab ihn aber getroffen, nochmal. Warte, ähm... Nee, ich hab keinen besten Bogen gekauft. Wieso hab ich keinen Bogen gekauft? Ich hab nur den billigen Bogen. Marcel! Hab ich vorhin mal ein bisschen Essen. Äh, ja, warte mal hier. Die hab ich irgendwann von jemandem bekommen. Die waren gleich in der Truhe. Perfekt. Ich hab übrigens ne Blume, falls du die möchtest. Ne Tulpe. Äh, ne, ne, was war... Ne Sonnenblume? Keine Ahnung. Aber der trifft auch gar nicht mal so blöd, ne? Ne, der ist nicht schlecht. Der ist nicht schlecht. Ich mein, der ist ja ein Abonnent von mir. Achso. Ja. Hoffst du. Ah, fuck. Der tötet mich immer einer. Moment. Alter. Woher hat er das Gold? Das frage ich mich auch. Oder spawnte ab und zu auch Gold in der Map. Ich, dass ich wüsste, aber... Das war die Map. Das war, glaub ich, die Map. In der Map spawnte, glaub ich, ab und zu dahin Gold. Ich hol schnell noch den besten Bogen, ne? Sonst holen. Ist noch Gold in der Truhe dahinten? Ja, das ist noch 27. Äh, ist... Ja, ich hab jetzt noch 48 Gold. Dürfte ausreichen. Gerade so. Ah, Mann. Ah, verdammt. Vielleicht noch, äh... Ne, wir müssen erstmal so einen Weg noch drüber bauen. Enderperlen werden eigentlich ganz tight. Was kostet... Oh Gott. In Tränken, in Spezial. Äh, Enderperlen. 13 Gold, eine Enderperle. Ui, ui, ui. Aber wir haben... So verdammt effektiv. Ähm, ja, warte mal. Das machen wir dann. Ich geh jetzt erstmal zurück. Ich geh jetzt erstmal zurück. Wir lassen den mal so ein bisschen arbeiten. Wir können ja noch ein bisschen Gold farmen und dann so einen richtig schönen Angriff starten. Ach so, der versucht, der versucht, dich abzuschießen, ne? Ich seh's. Äh, komm mal hier rein. Hier ist ein besserer Bogen. Wo bist du denn? Ach da. Ja.